Herzlich Willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter Agentur mit dem Schwerpunkt auf die Erstellung wissenschaftlicher Texte. Allerdings haben wir bei GWriters auch noch andere Bereiche, in denen wir Ghostwriter für unsere Kunden gezielt einsetzen. Demnach heißt unser heutiges Video Ghostwriter Jobs als Copywriter, Blogbeiträge und Webtexte schreiben. Wir schauen also, wo ist ein Ghostwriter gesucht im Bereich des Copywritings oder der Copywriter und Webtexte. Dazu schauen wir uns einmal an, welche besonderen Anforderungen gibt es an einen Ghostwriter für Webtexte, welche Aufgaben gibt es für Copywriter und für Webtexte, was muss man machen, um sich bei GWriters zu bewerben und im letzten Schritt schauen wir uns einmal an, welche Vorteile habt ihr auch für uns als Ghostwriter im Bereich Copywriting oder im Bereich der Blogartikel zu schreiben. Schauen wir uns das einmal an. Grundsätzlich gelten natürlich ähnliche Anforderungen wie beim akademischen Ghostwriting, allerdings hier mit dem Schwerpunkt etwas mehr auf Kreativität und etwas mehr auf die Eigenorganisation. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ein Ghostwriter gerade für Webtexte eigenständig recherchieren kann, sich eigenständig organisieren kann, einen ansprechenden Schreibstil hat, der nicht zu formal ist, sondern den Leser mitnimmt und eben die Besucher, für die der Content erstellt wird, eben auch auf der entsprechenden Website hält. Wie gerade gesagt, der Ghostwriter muss selbst organisiert sein und muss selbst organisiert eben Online Texte schreiben und zur Verfügung stellen können. Die grundsätzlichen Aufgaben sind eben hochwertigen Content zu erstellen, hochwertige Blogbeiträge zum Beispiel zu erstellen, aber natürlich auch statische Seiten mit hochwertigem Content zu füllen. Natürlich das Ganze auch Keyword optimiert, das liegt dann eben am Auftraggeber, wie er euch als Ghostwriter für Web- und Blogtexte oder fürs Copywriting eben beauftragen möchte. Ihr solltet eben auch in der Lage sein, durch Keyword optimierte Texte das Ranking und die Aufwendbarkeit in einem ganzheitlichen Konzept für den Kunden eben als gegeben herzustellen im Text. Natürlich erstellt ihr dieses Konzept nicht selber, sondern arbeitet in der Regel mit interdisziplinären Teams zusammen, was die ganze Arbeit auch noch einmal etwas spannender macht und ihr solltet in der Lage sein, auch hochwertigen Content, der bereits vorhanden ist, noch weiter aufzuwerten oder eben gegebenenfalls an neue Keyword-Strukturen anzupassen. Was müsst ihr machen, um bei uns, bei Keywriters, als Copywriter für unsere Auftraggeber zu arbeiten? Nun, das ist eigentlich recht trivial, deswegen gibt es hier auch nicht ganz so viele Punkte zu. Ihr schickt uns einfach eure Bewerbung und schreibt mit dazu, dass ihr als Blog-Autor oder Copywriter arbeiten möchtet und eben auf der Suche nach solchen Aufträgen seid. Ihr schickt uns natürlich all eure Projekte, die ihr schon geleistet habt. Schickt uns alles mit, wo wir sehen können, welche Erfahrungen ihr habt. Das Ganze wird dann von uns geprüft und dann schauen wir eben, ob wir zusammenkommen. Es gibt natürlich auch Kriterien für die Autorenwahl. Wir schauen natürlich, dass wir für die meisten Projekte auch möglichst erfahrene Copywriter und Texter einsetzen, aber nichtsdestotrotz bekommt natürlich jeder bei uns eine Chance. Jemand, der komplett neu ist in dem Thema, darf sich natürlich auch gerne beweisen und uns Mustertexte schicken oder vielleicht uns überzeugen mit einem eigenen Blog, der schon mal erstellt wurde. Da lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall werden alle eure Unterlagen individuell geprüft und ihr bekommt natürlich auch eine entsprechende Rückmeldung von uns. Der vierte Punkt, die Vorteile, falls ihr für uns als Copywriter arbeiten möchtet und könnt. Dadurch, dass es darum geht, Online-Texte zu schreiben, was der Job grundsätzlich mit sich bringt, habt ihr natürlich absolute zeitliche Flexibilität und seid nur an die Zeiten im Rahmen der einzelnen Projekte gebunden. Da solltet ihr natürlich auch, und da kommen wir noch mal ganz kurz an die Anforderungen, auch immer pünktlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig, aber im Endeffekt habt ihr eine große zeitliche Flexibilität und könnt euch die Arbeit einteilen. Weiterhin ist es natürlich ein attraktiver Nebenverdienst. Es gibt viele Menschen, die begabt sind im Schreiben und einen äußerst ansprechenden Schreibstil haben, die Leute mitnehmen können, die allerdings einen anderen Job haben, vielleicht Vollzeit arbeiten und den nicht aufgeben wollen. Auch diese Personen haben natürlich die Möglichkeit, durch eine Zusammenarbeit mit uns und unseren Auftraggebern in dem Bereich Copywriting zusammenzuarbeiten und somit einen ordentlichen Nebenverdienst aufzubauen. Weiterhin handelt es sich immer um abwechselnde Beiträge, also ihr arbeitet nie an dem gleichen Thema. Dadurch ist das Ganze natürlich auch äußerst interessant und bietet euch auch die Möglichkeit, euch in verschiedensten Bereichen weiterzuentwickeln. Deshalb, wir sagen Ghostwriter gesucht, Copywriter gesucht. Hoffentlich haben wir mit diesem Video auch einige von euch erreicht und somit gefunden und freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart.